Herzlich Willkommen im Münchner Osten, hier bei der PIA, ganz neu mit den Marken Skoda, Cupra und Seat. Nach zwei Jahren Bauzeit freuen wir uns sehr, dieses Projekt und dieses ganz tolle Autohaus, was einzigartig ist, weil es in sechs Ebenen gebaut ist, zu eröffnen. Ja, wenn Sie unseren Cupra Seat Schauraum betreten, sehen Sie zuerst die Marke Seat und dann sehen Sie eigentlich aber auch direkt Cupra, die neue E-Performance-Marke im Konzern. Wir bieten eigentlich das gesamte Produktportfolio an, von E-Mobilität, was den Cupra Born betrifft, bis hin zu den Formentor Hybrid, also auch die Hybrid-Variante, die wir auch im Antrieb natürlich zur Verfügung stellen und die klassischen Verbrenner, also es heißt Diesel, Benzinfabrikate. Wir können also für den Kunden nicht nur in der Produktpalette vieles anbieten, sondern auch in der Antriebspalette vieles darbieten und darstellen und freuen uns, wenn Sie bei uns zu Cupra und Seat in den Schauraum kommen. Ja und jetzt sind wir hier schon in unserem zweiten wichtigen Standbein, unserer Markenwelt Skoda, die genauso wichtig ist für uns wie das Thema Seat und Cupra, weil es nochmal eine andere Zielgruppe erreicht und wir viele Modelle darstellen, die auch alle Antriebsformen berücksichtigen, ob es über den Enyaq ist, der das volle Elektropaket darstellt, bis hin zum Octavia RS, der doch dann das klassische sportive Antrieb ist, bis hin zu Hybrid-Modellen, die wir hier wie den Octavia IV auch darstellen und ja, also die große Bandbreite im Konzern finden Sie hier am Schatzbogen wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020